Back to the world, back to the business. Weiter geht's, wir versuchen wieder zu Leidherren. Im letzten Part hat das ja nicht so gut geklappt wie so im ersten, aber im ersten haben sie auch geforfittelt, aber ist auch egal. Wir haben einen Kampf verloren, zwei gewonnen. Ja, diesmal versuchen wir es ja, wie gesagt, mit einem physischen Tintoxer. Ich weiß nicht, wie das klappen wird, da bin ich jetzt mal gespannt, weil, ja, könnte doch interessant werden, weil ich hab letztes Mal gar nicht erklärt, wieso ich physisches haben will. Weil, wenn ich dann gegen ein geboostetes, hier, Volker Warner gegenüberstehe, wenn ich ein geboosteten Volker Warner gegenüberstehe, so, dann ist Waterfall besser als Surf. Hier machen wir Sword West, ich will mal gucken, wie das so ist und Regeneration wird dann wahrscheinlich nur durch, ähm, Regentanz erfolgen. Aber es soll ja nur spezielle Attacken einstecken, also, und da es sowieso schon übelsten Spezialverteilung hat, mit Assault West hat das ja dann, lass mich mal kurz gucken, ähm, ach egal, 372 durch 2, ähm, 100, 136, ne, ja, 136 plus 372 wäre dann 508, denke ich, ja, 508 müssten es sein. 508 Spezialverteilung wäre dann mehr als hier, ne? Ja, ja, lass uns das mal probieren, ab zu dem nächsten Kamp. Oh mein Gott, Hitmotop, ich find das so geil wie es ta- Ja, guck mal, der wird richtig im Rhythmus. Immer wenn ich so Hitmotop in Videos sehe, muss ich immer daran denken wie es tanzt. Dumbieselgeil. Ja, das wird wahrscheinlich, ähm, Thunderwave sein und so, so'n Scheiß. Gegentanz? Aha. Ich find das Team cool. Ich find das so cool, ne? Zubold ist der beste Elite. Tanzbaros! Der Name von dem Teil ist auch das Beste, ne? Sowas kann das machen. Fluch, ähm, hab ich gesehen. Habe ich nicht gesehen, ich hab ein Moveset-Video davon gesehen. Ich würde mich interessieren, wie man das spielen soll. Ich würde es nicht spielen wollen, weil es richtig gefährlich ist, ne. Thunderblitz ist jetzt das Beste. Uh, das hab ich jetzt vergessen. That was kinda stupid. Aber, wir haben ein super tolles Littlefoot. Hohohohoho. Das tankt jeden Hit. Das ist ein Megamanectic. Cool. Tankt. Ah, okay. Hab ich auch mal gespielt. Ist aber nicht so sinnvoll. So, das wird jetzt wahrscheinlich World-Switch machen. Ja. Wir schicken einen Drachenpuls hinterher, oder? Das war viel, ne. Aber war ja auch 1,5. Gutes Angriff. Boah, ich find das Team so cool. Ah, stimmt! Dieses Drecksfinal. Ist das jetzt offensichtlich? Ich denke schon. Ich will mal sehen, wie viel Schaden das jetzt macht. 37. Das ist gut. Regentanz. Wenn er mich nicht quittet, bin ich glücklich. Da würde ich mich schon fast freuen. Ich bin schnell... Och, Speedtie. Das ist jetzt echt ekelhaft. Wieso mach ich das überhaupt? Ah, Regentanz. Okay. Okay. Wir gehen jetzt zu Eberhard. Und Poison Jab. Jabin. Jab. Jabin sein Gesicht. Oder wir ihn knock offen. Ich glaub, wir machen ihm ein bisschen Angst, ne? Ja. 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 Das hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Light Clay. Aber okay. Das ist ja auch bulky, ne? Das ist bulky. Blatter me. Meow stick. Sag mal. Hm, oder? Das ist die weibliche und die männliche Version haben doch verschiedene. Dingens. Wie viel würden wir jetzt Waterfall machen? Viel? Wir gehen wieder auf Littlefoot. Das ist am besten, denke ich. Light Screen. Wenn er jetzt nochmal Reflect macht, bin ich glücklich. Bitte mach nochmal Reflect. Das wäre super toll von dir. Könnte ich die ausdeulen und dann wärst du weg. Dann hätte ich das Problem nicht mehr. Bleib drin. Nicht auswechseln. Ey, das ist doch. Das ist doch jetzt, ey. Infestation und, äh, jetzt habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Ist ja nicht schlecht, ne? Besser als nix. So. Hier. Ähm. Bekanntlich mit Mogel Heap. Oh, was noch? Äh, ein Rapid Spinner auf jeden Fall. Aber so. Dann hat er noch die starken High Jump Kicks, ne? Doof. Aber ich denke, wir können hier auch mit Labber reingehen. Komm mal rein. Zeig mal. Hey Gott. Oh, stimmt. Hab ich vergessen. Ah, Techniker, ja. Techniker. Was denn jetzt? Ja, ist befreit von der Teams. Und Psy-Shock. Psy-Shock zum Gute. Ja, das ist stark, ne? Okay, und hier werden wir ein bisschen mit, äh, Too Obvious trollen. Pam. Hehe. So. Und, das war's. Das Pokémon ist weg. Das ist gut. Ah, das kann... Ah, cool. Was bin ich? Minectric. Also, vor dem Thema habe ich nicht so viel Angst wie vor... Vor Corona oder... Na, Tobikis habe ich schon sehr viel Angst, ne? Es ist schon angenehmer. Let's go out to this. Der hat wahrscheinlich nur... Aha. Aha, okay. Jetzt könnte ich eigentlich... Es wäre sehr verlockend. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt darauf gehe und dann mit Erdbeben, aber... Dann habe ich Torkis wieder gesehen. Torkis ist... Ein Arsch. Ähm. Ich würde sagen, wir machen Infestation, weil er wechselt jetzt aus mit World Switch. Ja. Ja. Und jetzt geht bitte auf Torkis. Er hat jetzt kein physisches Pokémon mehr. Außer Dunspaus. Dunspaus, ne? Ich finde das so derp. Er guckt in dein Gesicht. Derp. Derp. Focused. Thanks. For this. Okay. Ich vielleicht doch nicht drin. Das ist besser als nix. Können wir wieder Wayne Dancen? R-Slash. Stimmt, hier ist B-Ty. Da war B-Ty. Da war B-Ty. Da war B-Ty. Und jetzt gehen wir wieder auf... Mh. Das wunderschöne Eberhard. 9%. Das zieht einfach gar nichts ab. Und die Frage ist... Die Frage aller Fragen... Wird er wieder auf Meowstic gehen? Let's poison jab his ass. Ja, er geht wieder auf Meowstic. Hat gar nicht so viel Schaden, ne? Haha. Aber ich... Das hat seinen Grund, wieso ich Waterfall hab. Vielleicht mach ich auch einfach nur Surf und... So weiter. Wir werden mal sehen, wie das so läuft. Vor dem Teil hab ich aber immer noch Angst. Und wenn das Psy-Shock hat, bin ich auch am Arsch. Das hat wahrscheinlich auch Psy-Shock. Let's go for Waterfall. Blacked. Hm? Okay. Ja, 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 ja. Let's knock off. Underwave. Aha. Au. Ha. Arsch. Ne, ähm... Da will ich sie jetzt nicht weiter. Das ist eigentlich sehr einfach zum Handeln. Aber ich will jetzt auch... Nicht all zu viel Schaden nehmen. Ach, gehen wir einfach... Littlefoot, der packt das. Psychic. Ah, der hat nur Psychic. Das ist gut. Jetzt wird er... Hoffentlich Lightscreen machen. Da kann ich nämlich mich mit West wieder aufheilen. Das wäre so. Das wäre fun-tucking-testisch. Aber wahrscheinlich wechselt er wieder auf Togekiss aus. Und dann... Ja, Togekiss. Minectric. Wieso tut er das? There is... There is no point to do this. Vor allem... Thunder, ja. Puh. Wie sagt der Thunder? Hat er nicht mehrhin Power-Eyes? Lol. Ich mag sein Team. Das war einfach. So, und jetzt heile ich mich wieder hoch. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich frag mich, was das für ein Detember hat. Hat das Left-Ores? Hab ich das noch nicht gesehen? Ne. Was hat denn das? Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Lass uns jetzt einfach zu Blue Bolt gehen und einfach ein bisschen... Bisschen... Sacken. Es sind die 63% meinetwegen. Brotzwitsch. Wieder aus. Mhm. Oh, geil. Hübsch. I like that. So. Typischer Lead wieder. Mit Gleber, Tollkiss. You turn out. Ich glaub, das Beste wär einfach hier auf Eberhard und dann mit... Dingens, wie heißt das? Poison Jab anzugreifen. Und da v-fittet er. 1194. Ist doch schon mal gut. So, wie ist die Zeit? Ich glaub, das war's erstmal wieder. Hoffentlich ist das jetzt auch nicht zu kurz. Ich denk, das ist nicht zu kurz. 27 Turns hat das jetzt gedauert. Ich glaub, das ist gut. Ich häng noch eins hinten dran. Für heute. Da sehen wir uns gleich wieder. Da sehen wir uns gleich wieder. ... ... ... ...